Herzlich Willkommen. Mein Name ist Jan Lütje. Ich bin Partner bei den Interim SharePass. Ich besetze Projekte mit selbstständigen Führungskräften auf Zeit. Dafür arbeiten wir mit den besten Interim-Manager am Markt zusammen. Diese nennen wir SharePass. Wir sind der langfristige Partner für Ihr kurzfristiges Problem. In den nächsten 60 Sekunden möchte ich Ihnen etwas zur Life Science-Branche, einer unserer sieben Fokus-Branchen, erzählen. Unter Life Science verstehen wir drei sehr unterschiedliche Branchenfelder. Das erste Feld beinhaltet Medizintechnik, medizinische Geräte, Verbrauchsgüter oder Sonderteam wie Medizininformatik. Hier geht es um anspruchsvolle Technologien und innovative Geschäftsmodelle. Das zweite Feld ist das große Feld der Chemie- und Pharmaindustrie. Dieses Segment reicht von der chemischen Industrie und dem Laborwesen bis zur Pharmazie. Das dritte Feld umfasst die Gesundheitswirtschaft. Gemeint sind Krankenhäuser, Organisation der Sozialwirtschaft und am Ende auch die Telemedizin. Hier geht es auch um gemeinnützige Organisationen, die von den Managern auf Zeit und übrigens auch andersherum in besonderer Weise profitieren können. Neue Wege gehen. Interim SharePass. Wir bringen Sie da. Wir bringen Sie da.